Ausgerechnet das Paradebeispiel der Grünen für die Gleichgültigkeit, wenn nicht Ablehnung gegenüber Deutschland und dem deutschen Volk. Der berühmt-berüchtigte Robert Habeck, unser Wirtschafts- und Energieminister, beklagt, dass der Deutsche Fußballbund nach 70 Jahren Zusammenarbeit mit der Firma Adidas ab 2027 dem US-amerikanischen Sportartikelhersteller Nike den Vorzug gibt. Zur Erinnerung, der Kinderbuchautor, der vorgibt, Wirtschafts- und Energieminister zu sein, ist mit seinen antideutschen Haltungen seit Jahren kein Unbekannter. Wie war das noch einmal? Beginn der Wortwiedergabe. Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen. Ich wusste mit Deutschland noch nie etwas anzufangen und weiß es bis heute nicht. Ende der Wortwiedergabe. Oder, noch etwas drastischer, auf die Frage hin, was es ihm ausmache, wenn er von Gegendemonstranten als Volksverräter beschimpft wird, antwortete der bekennende ökonomische Autist Robert Habeck, das ist ein Nazi-Begriff. Es gibt kein Volk und es gibt deswegen auch keinen Verrat am Volk. Ende der Wortwiedergabe. Erfreulich ist, dass Robert Habeck als Inbegriff ministeriale Inkompetenz ganz offen ausspricht, dass er in bester grüner Manier gewachsene Gemeinschaften und Traditionen ablehnt und Deutschland für ein überkommenes Konstrukt hält, das sich am besten ins Nichts auflösen sollte. Erstaunt muss man aber sein, dass ausgerechnet ein bekennender Vertreter der Alternative zu Deutschland, nämlich Robert Habeck, sich zu geradezu dümmlichen Phrasen über einen phantasmierten Standortpatriotismus hinreißen lässt. Beginn der Wortwiedergabe. Ende der Wortwiedergabe. Selten habe ich einen derartigen Blödsinn lesen müssen. Dem sauberen kleinen Herrn Praktikanten im Wirtschaftsministerium, kleine Robert Habeck, sei damit ins Stammbuch geschrieben. Klein Robert verwechselt wohl Patriotismus, also bekennende, wahrhaftige Vaterlandsliebe, mit dem oberflächlichen, bundesrepublikanischen Patriotismus in Schwarz-Rot-Bund, der während großer Fußballturniere überall durch unsere Straßen und Plätze wabert. Adidas ist zweifelsohne ein großes deutsches Traditionsunternehmen. Es ist aber ebenso wie Nike global aufgestellt. Mehr als 90% der Umsätze macht dieses Unternehmen auf dem globalen Markt. Und zudem produziert Adidas, wie alle Sportartikelhersteller, seine Kleidung und Schuhe in asiatischen Billiglohnländern. Die Verwobenheit von Adidas mit Deutschland ist also genauso wenig und genauso viel gegeben wie die Verwobenheit des Sportartikelherstellers Nike mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Auf dem globalen Markt konkurrieren Adidas und Nike und wenn Deutschland auf seine Exportstärke setzt, muss es sich klar sein, die Globalisierung ist keine Einbahnstraße. Dann muss man auch Importe und neue Marktteilnehmer und Konkurrenten dulden. Und wer schließlich das pink-lilane Ekel-Auswärts-Trikot der Weltmarke aus Herzogenaurach sieht, der muss teilweise wirklich froh sein, dass die Zusammenarbeit des DFB mit der Firma Adidas sein Ende findet. Denn inhaltlich und modisch kann es eigentlich gar nicht mehr schlimmer werden als diese Peinlichkeit in Stoff. Zum rein vertragsrechtlichen, die Ausschreibung des DFB war öffentlich und transparent, das Angebot von Nike muss deutlich höher gewesen sein als das von Adidas. Und das haben wohl viele längst verdrängt oder vergessen, seit dem Bestechungsskandal und dem zumindest zeitweise drohenden Verlust der Gemeinnützigkeit, verbunden mit enormen Steuernachzahlungen, ist der DFB finanziell klamm. Und dies in Kombination mit dem Totalversagen der Bund-Land-Reste-Truppe bei den letzten drei großen Weltturnieren. Das macht einen DFB aus, der wirklich finanziell aus dem letzten Loch pfeift. Hinzu kommt in typisch bundesrepublikanischer Gigantomanie der DFB-Campus, ein Prestigeobjekt, das nach Schätzungen mehr als 180 Millionen an Gesamtkosten verursacht hat, wie üblich 30 Millionen mehr als ursprünglich geplant. Also hier sieht man, der DFB, der stolze, der größte Sportfachverband der Welt, pfeift finanziell wirklich aus dem letzten Loch. Insofern weist der DFB wie ein Unternehmen mit schlechter Perspektive und mäßigem Erfolg ein strukturelles finanzielles Defizit aus, das dringend mit dem wirtschaftlich besten Angebot eingedämmt werden muss. Für schwarz-rot-bunte Sentimentalitäten ist also beim DFB längst kein Platz mehr. Bezeichnen ist aber einmal mehr, und damit komme ich zum Schluss, dass der Wirtschaftsminister in Ausbildung, Klein-Robert Habeck, nicht einmal diesen einfachen ökonomischen Sachverhalt richtig einordnet und sich, im wahrsten Sinne des Wortes, zu dümmlichen populistischen Phrasen hinreißen lässt. Standortpatriotismus, was ein Blödsinn. Mensch Robert, wärst du doch besser ein Kinderbuchautor geblieben. Wir lassen uns nicht vertreiben, wir werden in Deutschland Sieger bleiben.